Hallo, hier ist der Detlef von Wakenews Radio Wakenews TV. Heute ist der 20. August 2012. Ich möchte euch folgende Informationen weitergeben, die ich heute veröffentlicht habe auf mywakenews.wordpress.com mit dem Titel BRD Regierung und Bundeswehr im Krieg. Und wir wissen, dass wir alle an einem entscheidenden Weg stehen hier für die Zukunft unserer Gesellschaft, unserer Welt, unserer Familien, Freunde und Bekannte. Es geht um unser Leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Informationen miteinander teilen. Und im Text hier heißt es, nun wissen wir ja alle inzwischen, nicht nur durch die Sendungen bei Wakenews Radio und TV, dass die BRD seinerzeit in der Rothschild-Villa in Frankfurt am Main gegründet wurde. Wir wissen inzwischen auch, dass die Bundeswehr von einer reinen Verteidigungsarmee zu einer Söldnereinsatztruppe umgebaut wurde und die Schlagader dieser Armee, die Informations- und IT-Bereiche, in den Händen globaler Unternehmen im Besitz von Großkapitalisten mit weltweiten strategischen eigenen Plänen ist. Hervorzuheben sind hier die globalen Unternehmen Siemens. Wir denken da auch an den Stuxnet-Cyberangriff, der übrigens von Obama befohlen wurde. Also Obama kann auch Siemens hier beeinflussen. Und IBM. IBM ist nicht nur eine große Unternehmung, sondern natürlich auch eine Frontorganisation von US-Geheimdiensten, wie inzwischen ja überall bekannt ist. Nun muss hier jeder vernünftige, klar denkende Mensch eine einfache Korrelationsfunktion vornehmen, einer als Großkapital, Rothschild, NWO, Geheimdienste, militärisch-industrieller Komplex, Kriege, Tod, Überfall, Raubzug, Waffen und vieles mehr. Da wir ja auch inzwischen wissen, dass die BRD kein souveräner Staat, sondern allenfalls eine NGO, das heißt Nichtregierungsorganisation ist und wie jüngst sogar vom eigenen höchsten Gericht, dem Bundesverfassungsgericht festgestellt wurde, gar keine konstitutionelle Regierung hat, das heißt von illegalen Privatleuten mit Lobbyinteressen, allen voran hier die internationalen Bankster-Organisationen regiert wird, die sich natürlich, ob dieser Situation bewusst, einen Dreck scheren um die Wünsche und Interessen der zahlenden, aber nichts ahnenden Bürger. Da braucht man sich nicht zu wundern, dass diese Privatarmee jetzt auch ganz offen, sogar zitiert in den Matrix-Medien, Krieg führt. Angesichts dieser mentalen Vergewaltigung und des Missbrauchs der gutmeinenden Bevölkerung in der BRD muss der inzwischen erwachte Mensch nicht nur vor Entsetzen aufheulen, sondern muss schnellstens mithelfen, die noch träumenden, im Tiefschlaf des Nichtbewusstseins verharrenden Mitmenschen, Mitbürger, aufzurütteln, bevor noch Schlimmeres geschieht und die aus diesen verbrecherischen Angriffskriegsaktivitäten der Bundeswehr im Kontext ihrer verbündeten korrupten Militärs den Dritten Weltkrieg hier direkt zu uns bringen, indem uns, möglicherweise bald selbst, Raketen und Geschosse mit schmutzigen und vernichtenden Inhalten hier zu Hause heimsuchen und um die Uhren fliegen. Die Bundeswehr spioniert schon seit langem im Nahen Osten, seit Irak und Afghanistan, als Folge von 9-11 oder vom 11. September 2001, ist selbstverständlich jetzt auch in Syrien aktiv, hat dort Geheimkommandos, bereitet den Kriegseinsatz dort mit vor, hat offiziell bereits Marine-Schiffe vor Ort unterstützt, die dort als oppositionelle Kräfte getarnten Al-CIA-Ada und Taliban-Kämpfer, die als gut bezahlte Söldnertruppen im Auftrag Rothschilds dort ihr blutiges Unwesen treiben, finanziert und mit Hightech-Waffen der westlichen NATO-Staaten und anderer Mitverdiener, hier auch Österreich und Schweiz, der Dritte Weltkrieg mit BRD, leider damit auch deutscher, Beteiligung, ist nur noch einige Millimeter entfernt. Leute, es ist höchste Eisenbahn. Es ist unsere letzte Chance, hier noch einzugreifen, bevor Pandoras Büchse so weit offen ist, dass wir das Übel nicht mehr unter Kontrolle halten können. Unsere Familien, unsere Kinder, Freunde und Bekannte werden es uns danken. Auf der Veröffentlichung bei mywakenews.wordpress.com könnt ihr dann auch die Vollmachten für die VSV ansehen, ausdrucken, ausfüllen und bitte im Original immer an die Hauptgeschäftsstelle einsenden und nicht per E-Mail oder Fax oder sonst irgendetwas. Es geht also nur im Original. Der Link ist dort aufgeführt zu den Vereinigten Selbstverwaltungen. Hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Meinungs- und Pressefreiheit sind inzwischen so dermaßen unter Attacke seitens der Mächtigen hinter den Kulissen, die sich in Panik vor der Aufdeckung befinden, dass weltweit Aufklärungsmedien wie Wikileaks, Infowars, Drudge Report und natürlich auch Wake News nicht nur ausspioniert, sondern drangsaliert und bedroht werden. So ist auch das US Department of Homeland Security, abgekürzt DHS, ständiger Gast bei Wake News in den Statistiken. Hier müssen wir alle durch Öffentlichkeit dafür sorgen, dass uns unsere natürlichen und grundsätzlichen Rechte weder eingeschränkt noch weggenommen werden. Helft mit und verbreitet diese Informationen so weit und breit wie möglich. Ich danke euch. Also ihr findet all die Links zu den Hintergrundinformationen dann auch in dem Artikel bei mywakenews.wordpress.com und ich bin spätestens immer dienstags und donnerstags 16 bis 18 Uhr live auf Sendung. Also bis dann. Das war Dethlef von Wake News Radio und TV. Wake News Radio. Für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der ruflichen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungsplätze aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr rügeeuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter radios.net